Und wieder ein Türchen. In unserem Adventskalender öffnen wir heute. Ihr seht hier in einer Betonschale, die ich das ganze Haar verwende, eine mit Moos ausgefüllte Lage, darauf einweisen, künstlichen Weihnachtsstern, Fichte, Äste, Dekoäste, Moos, Zapfen, einfach auseinandergebrochene Äste, die ich hineingesteckt habe, kleine Weihnachtsbäume aus Metall, eine goldene Decke aus Tüll, einen Engel als Windlicht und ein kleines Winter-Eichhörnchen. Das Dekogesteck ist mit Schneespray eingesprüht, was gleich eine romantische Note macht. Wenn ihr es so wegtut, einfach nach Weihnachten oder wenn die Winterzeit vorbei ist, könnt ihr es wunderbar im nächsten Jahr wiederverwenden. Oder ihr macht das alles mit frischen Sachen, geht in den Park oder in den Wald, und holt euch ein paar Äste, ein paar Zapfen, Moos, aber auch im Dekoladen. Und schon habt ihr ein wunderschönes, selbstgemachtes Gesteck. Die ganzen Gestecke, die ich euch gezeigt habe, bisher sind alles meine Ideen. Vielleicht reizt es euch ja, diese nachzubasteln. Wenn ich das so angucke, denke ich immer an meine Kinder und ein Zitat. Das Wunder ist des Glaubens liebstes Kind. Ich hoffe, ihr freut euch schon auf das nächste Türchen.